Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von KuchenTV an. Anni de Dac über Malki, Schmierkampagne, Geld, Kaffee und Kuchen. Ja, das Video hat eine Bombenbewertung, würde ich mal an der Stelle sagen. Es ist wirklich sehr, sehr stark geworden. Mein aktueller Stand durch den Chat, ich habe es selber nicht gesehen, durch den Chat. Sascha hat ja ein Video gemacht zu KuchenTV, hat KuchenTV auch kritisiert. Auch mich hat sie mit kritisiert, aber ich habe sie ja auch mittlerweile schon eingesehen, hat sie auch noch mitgezeigt. Und KuchenTV soll scheinbar darauf reaktet haben, auf das Video von Sascha. Und er steht jetzt auch nicht mehr ganz so dahinter, obwohl er ja ganz am Anfang gemeint hat, dass irgendwie die Kritiker dumm sind oder so. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem mal das Video an, weil ich habe das in voller Gänse so noch nicht gesehen. Das gucken wir uns an und ich bin äußerst gespannt, was da Wort für Wort gesagt wurde. Wir machen daraus einen Zweiteiler, weil das geht jetzt über eine Stunde. Und ich würde sagen, bei der Hälfte machen wir einen Cut und laden die andere Hälfte dann ein anderes Mal hoch. Wahrscheinlich am gleichen Tag. Das heißt, geduldet euch. Und dann würde ich sagen, legen wir los und Abfahrt. Mal schauen. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Heute mit Anni The Dark. Vielen lieben Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dieses Interview hier zu geben. Ja, normalerweise machen wir das ja Angesicht zu Angesicht. Das Ding ist, in Madeira ist auch gerade ein heftiger Waldbrand und die Flüge waren noch nicht so gut. Deswegen machen wir es heute mal über Discord. Ich denke, dass wir trotzdem Spaß haben werden. Ja, wie gesagt, danke auf jeden Fall, dass du da bist. Gerne. Hallo. Und ja, wir starten am besten direkt mit der ersten Frage. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir im Vorfeld ein paar Sachen, also ein paar Fragen quasi abgeklärt haben, weil ich dafür noch Belege wie Chatverläufe und so weiter geschickt bekommen habe. Da werden wir dann im Laufe der Folge drauf eingehen. Also wundert euch da nicht. Und ich habe jetzt auch wirklich nur so die wichtigsten Sachen mit reingenommen. Man könnte wahrscheinlich 5000 Fragen stellen. Ich denke aber, irgendwann wäre das auch zu lang und das hat auch keiner Lust, sich zu geben. Außer ihr wollt, dann schaltet gerne die Kommentare. Ja, deswegen wundert euch nicht. Ja, ich fange am besten direkt mit der ersten Frage auf jeden Fall mal an. Moki konnte jetzt mit Belegen auf jeden Fall zeigen, dass du erzählt hast, Janela und so weiter, dass sie ja diese paranoide Schizophrenie hat und ihre Tabletten deswegen nicht mehr nimmt. In deinem Video bist du ja nicht so wirklich darauf eingegangen, sondern hast halt quasi nur gesagt, ja, die nimmt ihre Tabletten wegen Depressionen ja nicht. Wie sieht denn das jetzt aus? Stimmt der Vorwurf, dass du das rum erzählt hast oder? Also ich habe auf jeden Fall mit Nela drüber geredet, weil, also, das Gespräch mit Nela hat auch stattgefunden, nachdem Moki schon an die Öffentlichkeit gegangen ist und Nela wurde mir damals von, auch Shurooka empfohlen, als Beraterin. Ja, mehr musst du nicht sagen. Ja, das ist schon. Wie auch immer, dass sie mir halt helfen würde. Ähm, und genau, deswegen habe ich ihr halt auch mehrere lange Sprachnachrichten geschickt, wo ich halt auch die Freundschaft erklärt habe und auch das erklärt habe. Und, ähm, ja, es war auf jeden Fall scheiße von mir, das zu... Ich weiß nicht, was wir denn dann... Also, was ich mich frage in der Situation, du, man kennt die Nela gar nicht, aber konfrontiert sie mit privaten Sachen. Also, was erwartet man dann eigentlich davon? Also, ich würde, wenn dann mit Leuten drüber sprechen, die ja schon ein bisschen, also, die ich halt kenne, so, was bringt denn mir das, wenn ich mit einer komplett random Person darüber spreche? Erzählen, das sind halt mega die privaten Sachen gewesen. Mauki hatte mir das damals schon viele, viele Jahre her, 2019, bevor wir zum ersten Mal zusammen verreist sind, hat sie mir von dieser Diagnose erzählt, hat mir auch erzählt, dass sie da medikamentös gut eingestellt ist und da deswegen auch keine krassen Probleme im Alltag hat. Und er hat mir auch noch so ein paar Anweisungen gegeben, wie ich mit ihr umgehen muss in manchen Situationen, so, ne? Aber, ja, ich bin also seitdem auf jeden Fall davon ausgegangen, dass irgendwie alle Tabletten, die sie nimmt, und automatisch dafür sind. Es war natürlich dumm, das irgendwie so zu assumen. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich jetzt nicht mega gut aus mit irgendwie Psychopharmaka und sowas, was man wofür nimmt. Ich habe auch schon öfter gehört, dass man, auch wenn man eine Krankheit nicht hat, man trotzdem Tabletten dafür kriegt. Also, ich hatte zum Beispiel meine Freundin, die hatte Depressionen, aber die hat Tabletten für Schizophrenie bekommen, weil die ... Also, sie lässt immer noch nicht davon ab, dass es Schizophrenie, äh, dass es eigentlich gar keine Schizophrenie war. Also, es ist stark auf jeden Fall. Junges Boge, Dankeschön für die fünf verschenkten Subs hier, äh, für die Community. Ich danke dir viel, vielmals, ehrlich. Weil die besser gewirkt haben als normale Antidepressiva. Deswegen war es für mich so ein, I guess, man verschreibt halt, was auch immer für Tabletten, für welche Krankheit auch immer, wenn sie bei ihr wirken, ist das ja gut, ne? Ähm ... Okay, das heißt aber quasi, du weißt jetzt nicht, ob sie diese Tabletten halt, ähm ... Also, ob sie überhaupt Tabletten gegen schwere Schizophrenie genommen hat. Und hast das dann quasi einfach ... Du bist quasi davon ausgegangen und hast das dann so weitererzählt. Genau, ja, wie gesagt, weitererzählt ist auch ein bisschen, äh, krass. Das klingt, als ob ich es irgendwie so 30 Leuten erzählt hätte oder sowas. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich ... Was mich immer so ein bisschen nervt, sie hatte doch mal in einem Stream gesagt, dass sie alles wörtlich nimmt, ne? Also, dass sie so eine Person ist, die übertreibt nicht, sondern sie nimmt das wörtlich. Aber for real, was einem dann, äh, oder was einem dann auffällt, ist, sie übertreibt in jeder Phase gefühlt. So dieses, ja, als würde ich es 30 Leuten erzählen. Als hätte ich hier tausende Therapeuten oder sonst irgendwas oder so. Ich hab hier, wie viele Therapiestunden? 50 oder 30 Therapiestunden im Monat und sowas. Das ist so, keine Ahnung, da krieg ich meine Probleme, was die Glaubwürdigkeit angeht. Ich bin in ganz, ganz, ganz kleinen Kreis geblieben und Nella ist wirklich die Ausnahme gewesen an einer Person. Ja, okay, ja, Nella ist die Ausnahme. Ach, Mann, ey. Ja, okay, das ist auf jeden Fall nice. Aber das bedeutet ja, sie hat es ja trotzdem, äh, sie hat ja trotzdem Schwachfug weitererzählt. Person, die ich nicht gut kenne und die Mauke nicht gut kennt, der ich das erzählt habe, das war, wie gesagt, diese, hey, Mann, ist grad voll schlimm bei dir hier, ich kann dir eine Beratungsperson zur Seite stellen, die kann dir helfen. Und ich dachte mir, ich bin einfach mal ehrlich und erzähl alles, aber obviers lesen das voll die vertraulichen Informationen, die ich halt nicht einfach so hätte, ähm, weitergeben können. Aber warum ich das überhaupt erzählt habe, war, weil, ähm, Mauki Tabletten nicht genommen hat. Und, ähm, da hat sich dir auch ein paar Sachen zugezeigt. Mauki hat ja seit vielen Jahren schon, dass sie Tabletten nimmt und immer wieder die einfach abgesetzt hat oder geändert hat und jedes Mal krasse Probleme mit Aggressionen und mit Wut hatte. Ähm, und ich mochte einfach nicht, dass sie gesagt hat, dass sie ausgerastet ist, weil ich sie wütend gemacht habe, sondern sie hat ihre Tabletten nicht genommen. Dann ist sie immer mega, mega wütend. Und, ähm, also, by the way, sie sagt das erneut schon wieder, obwohl das, äh, obwohl das Mauki in ihrem Video ja schon anders erzählt hat. Mauki hat gesagt, dass es nicht davon kommt, dass man Tabletten absetzt. Man kann auch Aggressionen beispielsweise bekommen, wenn man überhaupt Tabletten nimmt. Und man kann auch so aggressiv werden, so. Also, das muss nicht zwangsläufig was mit dem Absetzen von Tabletten zu tun haben. Das kann immer eine Nebenerscheinung sein, aber es kann auch einfach nur der Gemütszustand sein in so einem Moment. Mega aggressiv. Aber ich finde es gut, dass ich das hier trotzdem noch einfach mal wieder anziehe. Ähm, deswegen habe ich das halt versucht zu erklären. Und halt auch, dass man, egal was für Schizopharmacab-Tabletten, wie auch immer, egal welche man halt irgendwie zehn, elf Jahre genommen hat, ähm, und dann plötzlich absetzt, so oder so ist das absolut nicht gut für den Kopf. Und darum ging es halt, dass ich halt, ähm, weiterhin das Gefühl hatte, dass sie unzurechnungsfähig ist, dass sie, ähm, ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Und, ähm, ja. Ja, safe, ne? Also ich stimme dir natürlich zu, egal welche Tabletten man halt absetzt, ähm, was so psychomäßig, äh, wirkt. Ich fang das jetzt mal so über euch, äh, kann grad das vor, äh, hab ich grad nicht im Kopf. Hast du natürlich halt recht, ne? Es ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig dann, wenn du quasi gar nicht weißt, welche Tabletten abgesetzt worden sind und dann halt aber natürlich rumerzählt, so, hey, aber das ist gegen diese Krankheit. Ne? Ja, schon wie du sagst, wenn die das, wenn die dir das im Vertrauen erzählt hat, ist halt ein bisschen schwierig, sowas dann halt weiter zu sagen oder das halt zu implizieren, dass das halt Tabletten gegen diese Krankheit sind, wenn das halt nicht mal bestätigt ist, ne? Ja, nicht nur das, auch das, das Absetzen von Tabletten dienen, die Wirkung haben, obwohl das vielleicht gar nicht die Wirkung hat. Es kann übrigens tatsächlich so eine Auswirkung haben, theoretisch, ja. Theoretisch kann eine Tablette alles Mögliche auswirken in solchen Momenten. Aber wer sagt denn, dass es daran liegt, dass man die Tablette abgesetzt hat? Also, das ist, äh, ja. Ach, ja, ja, gut. Das sind sowieso schwierige Aussagen ohnehin auch von Anni und, ja. Wir gucken uns weiter das Interview an, aber ich weiß schon, um was es ungefähr geht und dass da wenig nachgehakt wird. Auf jeden Fall voll scheiße von mir und ich bin da auch einfach so von ausgegangen, so muss ich ehrlich sagen. Das war für mich damals die Diagnose, die sie mir erzählt hat und das erste Mal, wo sie halt Tabletten für mich erwähnt hat. Wie gesagt, 2019, vor vielen Jahren. Und das ist einfach mir so im Kopf hängen geblieben. Das habe ich halt gehabt, ne. Und Mauki hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich irgendwie Iva auch gesagt habe, hey, sie ist mega gefährlich oder sowas und halt dich von ihr fern. Das stimmt halt nicht. Ich hatte ja auch bei mir im Video zum Beispiel den Chat mit Iva eingeblendet. Ich hatte ihren Namen zensiert, aber ... Ja, was heißt das stimmt? Aber das hat ja Iva selber gesagt. Also Iva hat das selber in ihrem Stream oder ihrem Statement damals gesagt, dass Anni sie vor Mauki gewarnt hat und gesagt hat, ey, yo, hier, pass mal auf, unberechenbar und sowas. Da hatte ich ja auch den Chat gemacht, hey, pass auf, ich mache mir Sorgen um Mauki. Sie hat jetzt auch mit denen und mit den Leuten den Kontakt abgebrochen. Ich habe Angst, dass sie sich isoliert und ganz alleine ist und dass sie sich was antut. Sie hat ja auch an dem Abend mit Selbstmord gedroht. Und das war einfach mega belastend und ich wollte einfach nur helfen. Und ich habe damals auch Iva gesagt, dass sie Mauki anlügen soll, dass Iva und ich noch Kontakt haben und noch befreundet sind. Weil ich halt nicht wollte, dass sie auch noch Iva quasi als Freundin verliert und sich halt komplett isoliert. Sie hat ja damals diese PDF rumgeschickt. Okay, warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Okay. Okay, also wir halten fest, sie stellt sich jetzt hier so dar, als wäre sie ganz feinfühlig für Mauki und hätte dann Iva irgendwas gesagt. Aber Iva meinte doch, also ja, sie stellt sich jetzt als die absolute Helferin dar. Aber Iva hatte irgendwie gesagt, also das klingt nicht so ganz hilfsbereit, sondern als wäre Mauki unberechenbar und dementsprechend sollte man sich fernhalten von ihr oder sowas. Ja, oder als sie in Watte, keine Ahnung, wie sagt man es, in Watte bepacken oder sowas. Also das ist ja auch eine wilde Nummer hier. Ihr müsst euch von Anni, entweder ihr seid mit Anni befreundet oder mit mir befreundet. Ja, also sie hilft so krass, dass sie von über 20 Leuten nur negatives Feedback in letzter Zeit bekommen hat. Da muss ich an der Stelle sagen, das muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Befreundet und sowas, ne, und hat ja auch öffentlich in ihren Instagram-Stories die Leute sehr hart verurteilt dafür, dass sie noch mit mir befreundet sind. Alles eine sehr, sehr, sehr krasse Mest-Up-Situation und ich hätte das nicht erzählen sollen, aber das war wirklich, auch weil ich mir Sorgen gemacht habe und weil ich mir dachte, Alter, sie verhält sich gerade so anders und so irrational irgendwie mit allem Möglichen. Ich erkenne sie gar nicht mal wieder, ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Ja, dann komme ich. Ich würde es mir mehr interessieren in Bezug auf Anni direkt. So wirklich so direkt, dass Anni mit sich selbst und ihren Handlungen konfrontiert wird und nicht die ganze Zeit über andere sprechen muss. Wäre cool. Also würde mich mehr interessieren, wenn es nur um sie gehen würde. Weil offensichtlich hat sie nicht ganz so den Blick bei sich selbst. Also die ganze Zeit ist es immer nur so, ja, Mauki ist so, Mauki hat sich so gefühlt, Mauki hat das gemacht und ja, Mauki war dann so, aber was denn mit Anni eigentlich so? Wie ist es denn bei dir? Vielleicht mal zum nächsten Vorwurf, das war ja der, dass du eine Romanzät haben sollst. Ja, stimmt, die Reaktion von Kuhn-DV auch stabil. Sie erzählt ja irgendeine Scheiße. Sie erzählt ja einfach irgendeine Scheiße, die man nachweisen kann, dass sie definitiv nicht übereinstimmt mit der Geschichte von IFA, von Mauki und Co. Und Kuhn-DV auch sagt einfach, ja, also klar. Am möglichen, ich erkenne sie gar nicht mehr. Ja, also Fosa ist runtergeladen. Vielleicht was gar nicht mehr, was abgeht. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten Vorwurf. Das war ja der, dass du eine Romanzät haben sollst, dass Mauki drei Männer vergewaltigt hat. Das soll ja auch laut Mauki dann ins Management und so weiter getragen werden. In deinem Video hast du ja dann nur von einer Person erzählt, wo du das getan haben sollst und auch eher von sexueller Belästigung. Wie sieht es da aus? Also ich will das V-Wort gar nicht in den Mund nehmen, bin ich ganz ehrlich. In der Öffentlichkeit, ich finde das ganz, 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 ganz schwierig. Und ich finde, das sind irgendwie jetzt so Themen, die jetzt eigentlich in einem YouTube-Video nichts verloren haben. Das habe ich auch in meinem Video gesagt. Warum? Weil es unangenehm ist? Dass das rausgekommen ist? Also warum will sie ja nicht darüber reden? Das ist nur mal ein Kritikpunkt, ein riesen Vorwurf. Ich finde das so mit der Hauptvorwurf. Da musst du auch darüber sprechen und sagen, dass es halt nicht stimmt. Also guck mal, wenn es nicht stimmt, dann hat sie ja nichts zu befürchten, wenn sie jetzt einfach sagt, jo, ich habe das nie gemacht, mir wird hier Scheiße angehangen und fertig ist. Also warum muss man jetzt irgendwie versuchen, wieder das Ding so klein zu machen? Ich meine, in ihrem letzten Statement hat sie gesagt, sie redet darüber nicht. Ja, aber rede doch darüber. Ich meine, du bist konfrontiert damit, nicht wir. Aber einfach, um das mal kurz zusammenzuwassen, es ist absolut nicht cool, dass ich über die Erfahrungen von Dritten mit anderen Leuten geredet habe. Das geht gar nicht. Ich war aber einfach extrem geschockt, das so erzählt zu kriegen von einer Person. Und ich muss sagen, ich habe das schon während der Freundschaft erfahren, also von der Person erzählt bekommen, dass das passiert ist. Und als ich das gehört habe, war ich so, okay, das klingt aber echt krass. Und vor allem, wenn man jetzt mal so, ich sage mal, die Geschlechterrollen mal umgedreht hätte, wie das gewesen ist, dann wäre das, glaube ich, für sehr viele Leute eine ganz klare Nummer, was da passiert ist. Und da bin ich auch kein Fan von, dass man dann immer sagt, ja, aber auch viel gehört, dass bei Männern das nicht passieren kann, finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, dass man sowas sagt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte leider meine, jetzt bin ich ja privat, meine eigenen sehr schlechten Erfahrungen, was dieses Thema angeht als Kind. Und bin, glaube ich, sehr, sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Dann ist das okay, mit Dritten einfach darüber zu sprechen und dann hinterm Rücken irgendwelche Sachen rauszuhauen, dass eine Morgie schlecht dasteht. Dann top, dann alles entspannt, ja, wenn du irgendwelche negativen Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast. Und was hat das jetzt immer noch mit der Situation rund um Mauki zu tun? Ich meine, das ist nur so, also wenn ich weiß, dass im Hintergrund erzählt wird, dass Person XY drei Menschen, ihr wisst schon, was hat, dann habe ich keinen Bock, mit der Person abzuhängen. Egal, ob männlich oder weiblich. Das ist ein Vorwurf, der ist absolut riesig, der haftet auch extrem. Und wenn das bei Managements die Runde macht, dann wird die Person auch keine Placements mehr bekommen. Also nur so, das ist kein, das ist nichts Leichtes. Das ist eine sehr abgefuckte Situation. Und sie spielt das hier so runter mit, ja, da habe ich mit einer Person halt geredet, die hat das ja glaubhaft rübergebracht. Wir reden hier von drei, ja, nicht von einer, wir reden hier von dreien. Und sie sagt, ja, übergriffig und so, von einer Person habe ich das gehört. Ja, aber das ist ja nicht der Vorwurf gewesen. Der Vorwurf war ja drei Personen. Und darüber möchte sie nicht reden. Warum, weiß ich nicht. Sag doch einfach, dann löst es halt nicht so gewesen. Also wenn man doch nichts zu befürchten hat, dann sagt man doch einfach, nee, Alter, was ist das für eine Scheiße? Das ist ein kompletter Quatsch. Ja, also Realtalk, so ein Vorwurf, der zerstört ernsthaft Leben. Also deswegen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und danke für die 100 Bits, Alina. Erstmal so abgetan als, okay, vielleicht überreagiere ich da. Aber nach Maokis Ausraster haben wir sehr viel auch drüber geredet, wie sie sich verhält, wie der Ausraster war, wie es uns geht damit. Und dann habe ich tatsächlich mit Leuten geredet, die auch von diesem Opfer dieses Ereignis sehr detailliert beschrieben bekommen haben, wie das Ganze abgelaufen ist. Dann habe ich mit Leuten geredet, die auch von dem Opfer das erzählt bekommen haben. Also wieder mit Dritten, die gar nicht dabei waren. Nice. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Und die das auch. Das ist sehr, sehr förderlich. Das ist wirklich sehr, sehr förderlich. Weil da erzählt man dann auf jeden Fall immer nur das Wahre. So sehr extrem einschätzen, was da passiert ist. Und das war für mich so dieser krasse Schockmoment von, okay, ich bin nicht die einzige Person, das erzählt wurde. Und ich bin nicht die einzige Person, die das als so krass einschätzt. What the fuck? Mit wem war ich da so lange befreundet? Und wie konnte ich solche Sachen irgendwie so abtun als, ach, da überreagiere ich wahrscheinlich, weißt du. Aber geht es jetzt da um eine Person oder um drei? Es geht um eine Person. Ich weiß auch nicht, wo die anderen drei Namen herkommen. Ähm, ich glaube, das geht darum, das mag ich in dem einen Monat. Ich weiß, woher die drei Namen herkommen. Iva hat in ihrem Statement gesagt gehabt, dass es drei Personen waren. Also, dass Anni mit Iva geredet hat und dort drei Namen genannt hatte. Also, sie wusste die drei Personen. Und jetzt spricht sie aber hier von nur einer Person. Das ist komisch auf jeden Fall. Mit drei Männern geschlafen hat. Also, Iva sagt, yo, Anni hat gesagt, also, Anni hat mir die drei Namen gesagt, die Stars, die da betroffen sind. Und jetzt sagt Anni in diesem Video hier, ich habe nur noch von einer Person geredet. Aber woher weiß denn dann Iva, dass es drei Personen waren? Und dass man dann irgendwie, wenn man darüber geredet hat, das irgendwie aus dem Kontext gerissen hat, von wegen, okay, wenn es drei Leute waren, dann müsste ja das Ereignis für alle drei Leute so gewesen sein. Ähm, ich habe auch definitiv die Leute angesprochen. Ich war so, hey, pass auf, ich will gerne mit dir darüber reden. Wie war das für dich? War das cool? Aber für die anderen Leute war es immer cool. Und für eine Person nicht. Ja, gut, die eine Person, glaube ich, die nicht dieses ... Okay, also, dann ist es dann eins gegen zwei. Also, Anni gegen Iva und Mauki. Okay, ja, wenn man das jetzt so nimmt. Ja, die Frage ist halt auch an der Stelle, wer jetzt hier glaubwürdiger rüberkommt. Also, ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall Anni hier glaubwürdiger rüberkommt. Oder sowas. Jungs und Mike, danke für den Satz, Mann. Also, nicht diese eine, die du meinst. Mauki hat ja Chatverläufe da eingeblendet. Da hat die auf jeden Fall am Ende gesagt, es gab irgendwann mit Anni ein Gespräch, wo sie gefragt hat, ob das nicht alles zu viel ist und ob Mauki nicht zu stark in meinen Personal Space eindringt, ohne zu fragen, was ich eigentlich will. Gab's da dann solche Gespräche mit der Person? War das dann eher so ein Nachfragen? Oder war das schon ein Ja, die hat ja das und das gemacht? Aber das war eine ganz andere Situation. Also, da ging es auch gar nicht um Sex. Da ging es einfach nur darum, dass Mauki sehr, sehr anhänglich dieser Person gegenüber gewesen ist. Und ich halt mitbekommen habe, wie der Person anderen Leuten auch gesagt hat, dass sie davon genervt ist, dass sie keinen Bock hat, dass Mauki zu anhänglich ist. Und dann quasi auch sich nicht getraut hat, das so zu sagen, weil man halt Mauki nicht abweisen möchte. Deswegen habe ich das Gespräch gesucht und war so, hey, alles okay, wie das so gelaufen ist? Ist alles in Ordnung? Fühlst du dich unwohl? Fühlst du dich wohl? Soll ich mit ihr reden oder so was? Und dann hat die Person ja auch gesagt, dass es teilweise unangenehm war, aber schon okay ist. Also, da war ich so, okay, cool, dann regelt das so für dich. Aber da ging es nicht um Sex. Wie war das dann mit der einen Person? Weil Mauki hat das ja in ihrem Video so dargestellt, als wenn das quasi dann so weitergetragen wurde, auch ins Management und so weiter. War das dann eher so, dass du dann, wie du gerade angedeutet hast, eher mit Leuten über diese Situation gesprochen hast, die auch davon wussten? Oder war das ein... Hey, wir gucken uns das gleich weiter an. Simon Hinger, bester Mann. Vielen Dank für den Sub. Immerhin ist richtig geiler Fotograf. Check ihn auf Instagram ab. Ich gehe da mit dir zu Hause hin und erzähle das vielen Leuten, dass das halt passiert ist. Und hat das Opfer das selber, also das Opfer, die genannte Person, das auch so wahrgenommen? Oder war das für die alles noch im Rahmen und es war in Ordnung? Nein, die Person hat das auf jeden Fall definitiv als übergriffig beschrieben, was da passiert ist. Hat auch gesagt, dass halt das, was passiert ist, nicht gewollt war. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel über die Erfahrungen von dritten Leuten reden. Ich finde das eigentlich super unangenehm, dieses Thema. Weil das hat absolut nichts, in einem YouTube-Video zu suchen. Ja, deswegen würde ich einfach ungern darüber reden. Das ist eine scheiß Situation. Und ich würde ... Ja, dann das akzeptieren wir doch natürlich an der Stelle. Dann machen wir auf jeden Fall weiter. Uh, uh. Nee, also auf einmal ist es dann nur noch übergriffig. Bei einer Person. Nicht bei dreien und Vergewaltigung im Raum. Aber woher wissen die dann das? Das ist alles natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich bin ... Ich weiß nicht, für mich kommt das hier trotzdem alles ein bisschen komisch rüber. Äh, ja, also ich finde die Argumentation ziemlich schwammig. Und ich glaube, hier wird ziemlich viel getrippelt, muss ich an der Stelle sagen, habe ich das Gefühl. Spokal, danke auch für die Zweifelstände, Sabs und Firerave. Danke für den Sabl. Vielen Dank, Leute. Dass das irgendwie dann so hochkommt. Aber ich bin halt einfach an dem Punkt und ich bleibe meiner Meinung, das, was mir da beschrieben wurde, geht für mich gar nicht. Ähm, und ich glaube da dem Opfer, wenn man das so sagen möchte. Weil wenn mir das beschrieben wird, du hast es so erlebt, dann glaube ich dir, dass du es so erlebt hast. Ja. Dann, ein weiterer Vorwurf war ja auch, dass die Memo bearbeitet worden ist, weil dieses nicht mehr dann irgendwie so ein bisschen weiblich und so weiter klingt. Ähm, was hast du dazu zu sagen? Ja, also ich habe dir die Memo ja gezeigt. Ich weiß sogar nicht, wie ich die Sätze beenden soll. Ich beende die Sätze mal so komisch. Ähm. Hey, du kannst auch die Sätze nur sehr komisch beenden, wenn du ein Bayern-Trikot trägst. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dir die Memo mit Memo ja gezeigt. Und wir haben halt, äh, sehr, sehr, sehr viele Filter und KIs und alles Mögliche mehrfach drüber laufen lassen, weil ich verhindern wollte, dass Leute das rückgängig machen, man vielleicht eine Stimme erkennt und die Person dann in die Öffentlichkeit gezogen wird und auch Probleme mit dem Job und so weiter kriegt. Deswegen habe ich das gemacht. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil sehr, sehr, sehr viele Leute, ähm, ja, an dieser Sprachnachricht rumgedoktert haben und versucht haben, die irgendwie rückgängig zu machen. Ja, klar, das ist so normal anzutage, ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall unangenehm. Mir war klar, dass das passieren würde. Deswegen haben wir einfach alles Mögliche an Filtern draufgepackt. Obviamente glitscht das dann irgendwann, aber ... Ja, aber es ist trotzdem komisch. Weil, ungelogen, dieses nicht mehr, was nicht mehr, war, da war kein einziger Filter, glaube ich, drauf. Also, da, da müssten die ganze Zeit Filter drauf gewesen sein, auf, auf diesen nicht mehr, was relevant ist für diesen Part, ist einfach kein Filter drauf. Oder zumindest so, dass man es hören kann, wer das gesprochen hat. Das war schon komisch. Also, ausgerechnet bei den zwei Worten, das finde ich halt so komisch. Warum bei diesen zwei Worten was den kompletten Kontext ändern könnte? Ja. Ja, der Rest der Memo klang komplett gleich, aber diese zwei Worte irgendwie, die waren, naja, weiß ich, was ich dazu sagen soll. Aber gut. Keine Ahnung. Oder Inhalt der Sprache. Aber ich glaube, Corona TV, das habe ich mitbekommen, Corona TV hat die reale Sprachnachricht angehört und bestätigt, dass das wahr ist, was sie hier erzählt. Deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen. Nachricht. Ja, safe. Kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also, ich habe die Sprachnachricht auf jeden Fall gehört, auch komplett. Danke für die Support, Leute. Und das wurde nicht bearbeitet. Ja, ist natürlich doof gelaufen, dass man ja quasi damit Futter für diesen Angriffspunkt gegeben hat. Aber ja, KIs funktionieren halt manchmal noch nicht so gut, wenn man dann da mehrere Effekte und Filter und so weiter drüber legt, passiert das. Aber ich kann auf jeden Fall... Also eigentlich, wenn man mehrere Effekte drüber legt, dann passiert das ja noch seltener, oder? Ist das nicht, wenn vielleicht deine Stimmlage gerade kurz abkackt, du einen Voice-Crack hast und du einen Filter drüber hast, dass dann vielleicht mal was, äh, was ungeändert ist. Aber ich glaube, dort wurde einfach gar nicht der Filter erst draufgelegt oder so. Bestätigen als neutrale Person, dass diese Sprachnachricht tatsächlich so gegeben hat. Danke. Dann der nächste Vorwurf war ja dann, äh... Ja, was Mauki meint dazu, dass sie die Stimme erkannt hat und meint, dass sie gefälscht sei, hat das aber zwei Tage vorm Interview gesagt. Ja, eben, das war ja noch zwei Tage davor. Äh, ich denke auch, die ist nicht mehr, das ist, ich... Das ist ganz weird, dass die ist nicht mehr, ähm... Plötzlich keinen Effekt drauf hat. Das ist schon sehr weird. Und Horst, danke auch für deinen Zap. Woher weiß Kuren, dass dies die originale Sprachnachricht ist, scheint mir ziemlich merkwürdig. Ich find's auch, also, na ja gut, wenn er die vorgezeigt bekommt und er sieht halt den kompletten Kontext und so und kann das nachhören, äh, dann kann's schon sein. Aber irgendwie, ich find dieses... Dass es ausgerechnet, dass es nicht mehr ist, find ich so merkwürdig. Weil das, wie gesagt, das ändert den kompletten Satz. Der Stuhlwurf, gab es ihn, gab es ihn nicht, das größte Mysterium, äh, auf Madeira neben Unge. Ähm... Oh, jetzt kommt's, Stuhlwurf. In deinem Video hast du ja gesagt, die hat den Stuhl geworfen und nur knapp einen Gast verfehlt. Malki hat jetzt im Video auch durch Rezo ja ein paar Zeugenaussagen mit eingebaut, die gesagt haben, nein, ich hab den Stuhl halt nur 10 Zentimeter hochgehoben. Dazu war ja dann auch die Nachricht, die bei dir von Malki weggeblendet worden ist, wo sie ja auch gesagt hat, na ja, weil man halt den Stuhl mal 10 Zentimeter hochgehoben hat. Wie stehst du dazu? Also, erstmal, das ist ein crazy Fiebertraum, diese Stuhlgeschichte, ich kann nicht mehr darüber reden, das ist unfassbar. Also, ähm, ich habe die Chatnachricht von einer, von der anderen Person, die mit am Tisch saß, die es am 29. September ihren Freundinnen erzählt hat. Wir haben die Sprachnachricht, wo nochmal der gesamte Abend wieder passiert ist, einmal abgespielt worden ist. Ähm, und, also das Ganze, die Szene sah folgendermaßen aus. Wir saßen am Tisch, ähm, Malki stand vor Kopf, äh, drei Personen saßen am Tisch, ich und zwei andere Personen, ähm, und daneben, also hinter mir, stand Malkis Freund. Ähm, das ist auch die Person, die für Malki ausgesagt hat. Ähm, I don't know, also kann ich mir gut vorstellen, dass er auch einfach in ihrem Favor aussagen würde, kann man jetzt aber so stehen lassen, wie man möchte. Aber drei Personen saßen am Tisch, ich, zwei andere, wir haben den Stuhlwurf gesehen, Malki und ihr Freund nicht. Ähm, drei weitere Persosen, Persosen, Alter, da kann ich nicht mehr reden, drei weitere Soßen, äh, saßen im Whirlpool, der ist so ungefähr, boah, Entfernung, acht, neun, zehn Meter von dem Geschehen entfernt gewesen. Ähm, der war auch an, heißt, die haben auch das Gespräch und sowas alles nicht mitbekommen. Ähm, und du musst dir vorstellen, hier ist der Whirlpool, hier ist der Tisch und der Stuhl wurde so hier entlang geworfen, also hinter den Tisch. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das von dem Whirlpool überhaupt sehen kann. Ähm, abgesehen davon, nachdem Malki dann abgedampft war und ihr Freund auch weg war, ähm, sind dann die drei Leute aus dem Whirlpool rausgekommen und die beiden Leute, die auch, ähm, da von Rezo interviewt worden sind, ähm, saßen a, mit dem Rücken zu uns und b, kamen die an und waren so, ey, wir haben gar nichts mitbekommen, was ist denn hier gerade passiert? Ähm, wir haben dann gesagt, alles gut, nichts, ne? Äh, habt ihr irgendwas gesehen? Nein, okay, ähm, weil ich auch einfach Malki jetzt nicht ... Nee, gut, da war man sich jetzt mal ... Ich, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich hab das, äh, gesehen bei, bei Phil's Side, der hatte in seinem, in seinem angepinnten Kommentar, äh, gezeigt, dass Anni the Duck tatsächlich ihr Haus verkauft. Das ist, by the way, eine übelgeile ... Alter, wie geil dieses Haus ist. Man, ich hab mich instant verliebt. Brutal geil. Und dann konnte man dann auch so ein bisschen sehen, wo der Pool ist und wo auch die Stühle und so sind. Und, also, Real Talk, wenn da ein Stuhl geworfen worden wäre, ja, dann hätte das Safe jeder mitbekommen. Ja, also ohne Scheiße, fünf Meter Entfernung vielleicht. Also, wenn da ein Stuhl fliegt und, und, äh, man den da hinschmeißt oder so, dann hätte man das mitbekommen. Dann gäbe es auch nicht nur drei Leute, die das gesehen hätten, sondern sechs Leute, die das gesehen hätten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man daraus einen Stuhlwurf ... Also, dass man das einfach nicht mitbekommen kann. Vor allem muss ja dann auch die Situation sehr aufbrausend gewesen sein. Da hätte sich bestimmt mal jemand umgedreht. Deswegen, äh, ja. Ja, aber mal schauen, was da jetzt noch dazu kommt. Aber das, äh, das macht mir die Sache noch komischer. Man sieht ja aber zumindest, wo der Stuhl dann gelandet ist. Na, auch wenn ich den Wolf jetzt per se nicht gesehen habe. Ach so, ja, wir können gleich mal gucken, was das für ein Stuhl war. Aber, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Äh, warte, bei Filz seid ... Junge, ich sproge, danke für noch mal fünf verschenkte Subs. Junge, der ist ja völlig am ... Völlig am Stand. Vielen lieben Dank. Äh, wait, ich zeige euch das mal ganz kurz. Der hatte das nicht. Aber Filz ist ein bester Mann. Ohne Scheiß, dass er das alles rausbekommen hat. Ähm. Ja, Junge, stimmt. Das sind einfach die Stühle. Es ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, warte, ich mache nur einen Screenshot, weil ich will hier nicht, dass man die komplette Seite sieht. Ja, aber ich zeige euch ... Ich zeige euch das mal kurz, wie die Stühle aussahen. Okay, okay, pass auf. Stühle sehen so aus. Also, Real Talk. Wenn Ani ... Äh, wenn Ani sage ich. Wenn Mauki diesen Stuhl hochhebt und wegwirft ... Also, da musst du schon wirklich massiv viel Kraft haben, den Stuhl in ihre Situation so wegzuschmeißen, wie es geschildert wurde. Das ist schon krass, ja. Tatortanalyse richtig, ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Die sind ja auch absolut unhandlich. Also, wie soll der Stuhl weggeworfen worden sein, ja? Wenn das der Stuhl ist. Ja, vorausgesetzt, das ist der Stuhl. Vielleicht war zu der Zeit auch so, vielleicht war der Hocker am Start oder so. So ein kleiner Plastikstuhl, ja. Aber das ist ein bisschen ein ganz schön schwerer Stuhl. Also, ich stelle mir den zumindest schwer vor. Junge, ohne Scheiß, ich habe mir dieses Haus angeguckt. Ich habe mich verliebt in dieses Haus. Also, würde ich das kostenlos bekommen, würde ich freiwillig dort leben. Aber nur unter diesen Umständen, ja. Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mauki diesen Stuhl da geworfen haben soll. Lag auch auf dem Boden. Ist halt die Frage, ob man sich jetzt daran erinnert, dass vor jetzt mittlerweile auch wieder fast einem Jahr dann da ein Stuhl auf dem Boden gelegen hat oder gestanden hat. Ich könnte mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern. Ja, lass doch eine YouTuber-WG machen. Ich glaube, das ist noch nie schiefgegangen. Ich würde mich jetzt nicht sagen, das hätten die sehen müssen. Aber die saßen nicht mit am Tisch, als der Stuhl geworfen wurde. Die kamen danach dahin. Ähm, also, ja, weiß ich nicht, wie das passiert. Ja, ich glaube, das Ding ist, also, so wie mir das erklärt wurde, war es jetzt auch kein richtiger Wurf. Also, werfen ist für mich wirklich, du nimmst etwas und wirfst es halt irgendwo hin. Sondern, ich kann das dir hier einfach mal ... Ich gucke mal, ob ich jetzt einen Stuhl habe. Aber ich glaube, ich kriege meinen PC-Stuhl jetzt nicht gehoben. Also, was mir quasi erklärt wurde, ist, ja, quasi, sie ist aufgestanden, hat den Stuhl nicht weggeworfen, sondern hat den quasi hochgeworfen. Der ist sehr schwer. Und quasi so zur Seite halt weg. Jetzt nicht wirklich geworfen, sondern hochgehoben und so zur Seite. Also, der Stuhl hat auf jeden Fall auf dem Boden gelegen. Ähm, und ist auf jeden Fall so ... Wenn das jetzt so eine Tischecke ist, würde ich sagen, ist das so ein Meter, 1,20 oder was, wie der sich bewegt hat. Mauke geht das auch darauf ein, dass sie bei sich im Chat ... Aber hä, wir reden immer noch von einem Wurf. Also, wenn ich etwas werfe und jemanden knapp verfehle, dann klingt mir das nicht so wie, jo, ein paar Zentimeter nach vorne geschoben oder so was. Einen Stuhl umschmeißen und mit dem Stuhl nach einer Person werfen oder beziehungsweise neben einer Person werfen, ist für mich schon ein großer Unterschied. ...geschrieben hat, ja, nur weil ich den 10 Zentimeter angehoben habe. Daraufhin hat die Person geschrieben, ähm, ähm, spiel das nicht so runter. Es geht nicht um 10 Zentimeter. Und drei Minuten später ... Ja, weil sehr groß sind auch. Ich finde 10 Zentimeter schon sehr viel, also ... Es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, muss man sagen. Ja, das stimmt aber auch. Und, äh, wie gesagt, dann drei Minuten später, in deinem Gespräch hat der Freund auch noch mal, noch mal ihr aufgezählt, was passiert ist, ne? Und hat dann gesagt, pass auf, du hast das gemacht, das gemacht. Äh, die Nachricht sieht man ja auch bei mir im Video. Und du hast den Stuhl geworfen. Und daraufhin hat Mauki ja auch nicht gesagt. Ja, aber den Stuhl geworfen und den Stuhl umgeworfen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ja? Also, das, was jetzt hier gerade eben so ... Also, das, was wir jetzt hier gerade so hören, ist ... Ja, ich kann mich nicht ganz erinnern, wie jetzt was war. Aber schon so 1,20 Meter und der Stuhl lag dann halt da. Aber es klingt nicht so wie, yo, ich kann mich genau daran erinnern, dass der Stuhl in eine Richtung geworfen wurde und fast jemanden erwischt hätte. Irgendwie wirklich, ey, das klingt mir hier wie eine Geschichte, die man sich jetzt noch ein bisschen weitergesponnen hat, ja? Weil man sich nicht mehr ganz genau daran erinnern kann. Er war nur angehoben, er war geworfen. Aber Schrödingers Stuhl, wurde er geworfen oder wurde er nicht geworfen? Wir werden es nur erfahren, ob irgendwer auf Madeira zufällig zu dem Zeitpunkt eine Drohnenaufnahme gemacht hat von meiner Terrasse und das Ganze mitgefilmt hat. Das ist mal ungefragt, was Unger da hat. So, Unger darf jetzt die Entscheidung fällen, ob der geworfen wurde oder nicht. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, also, ich will natürlich ... Deine Person, wenn ich nicht der Glaubwürdigkeit absprechen, natürlich, aber auch die Leute, mit denen Rezo gesprochen hat, nicht. Klar, du hast natürlich recht. Die waren natürlich mit dem Rücken dann dazu. Also, das würde ich jetzt erst mal so hinnehmen. Ich kenne das Gegenteil nicht. Ich glaube, würde ich sagen, dass es halt so ein Mittelding ist. Also, ich glaube nicht, dass es einfach dieses Stuhl-Ranschieben gewesen ist, wie sie erklärt hat. Aber auch, wie das zum Beispiel in deinem Video rüberkam mit geworfen, würde ich auch nicht sagen. Sondern halt dieses so zur Seite geschoben. Okay, der ist dann halt umgefallen, Stühle fallen schnell um. Ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein Mittelding gewesen ist. So wie ich halt Wurf verstanden habe, war aber halt wirklich dieses, du nimmst etwas und wirst es halt irgendwie 10, 20 Meter weit sonst irgendwo hin. Ja, so wird, also ich denke, dass da die Wahrheit ... Also, 20 Meter den Stuhl zu werfen, wäre wild. Ja, das muss ich an der Stelle sagen. 10 Meter ist auch schon ziemlich weit. ...irgendwo in der Mitte liegt. Ist so mein Eindruck auf jeden Fall. Kann sein, wie gesagt, für mich war das ein Wurf. Für Mauki war es ein Anschieben, wie auch immer. Fakt ist, für mich war es zu viel. Und das war der Grund, warum ich mit ihr dann auf Abstand gegangen bin. Ja, aber Fakt ist immer noch, dass wir zwischen Werfen und Umschmeißen schon noch ein bisschen differenzieren sollten, ja. Weil das eine klingt ein bisschen sehr gewaltverherrlichend. Ja, was heißt verherrlichend? Ja, es klingt halt sehr gefährlich. Und das andere klingt, ja, liegt ein Stuhl halt jetzt auf dem Boden. Also, das ist ein bisschen, das ist schon ein Unterschied, ne? Aber gut. Fakt ist, es ist ihr ja zu viel gewesen. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, dann kann man sagen, dass es geworfen wurde. Und jemand nur 10 Zentimeter verfehlt hätte. Und, ähm, ja, ich bin empfindlich. Aber wenn jemand den Stuhl nur anschieben würde, würde ich nicht meiner besten Freundin von fünf Jahren sagen, ich würde jetzt auf Abstand gehen und ich fühle mich bei dir nicht mehr sicher, empfinde ich persönlich dann als Überreaktion von mir, wenn sie nur ein bisschen laut geworden ist und den Stuhl angeschoben hat. Das war halt ... Gab es denn irgendeinen Grund dafür, dass da die Situation überhaupt so eskaliert ist? Und ich überlege immer noch, ja. Ich habe euch ja gerade gezeigt. Ach so, wait, ich kann euch mal noch ganz kurz zeigen, wenn wir jetzt schon dabei sind, wo der Whirlpool ist. Ich zeige euch jetzt, wo der Whirlpool ist und wo ... Okay. Dann haben wir das wie vorliegt. Ich mache wieder einen Screenshot. Und dann mache ich noch einen Screenshot. Und damit ihr ungefähr seht, wo was ist. So. Und das ist ... Das andere ist hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch passt. Speichere doch mal ordentlich. Okay. Ja, es ist wieder weggegangen. GG. Okay. So. Pass auf. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich so gesehen habe. Wir haben einmal das hier. Und dann haben wir einmal das hier. Und ich gehe davon aus, dass es einfach nur hier rüber zu laufen geht. Und dann ist dort diese Sitzecke. Ne? Dann ... Du kommst hier lang. Also zumindest der Boden ... Ne? Wobei, der Boden ist oben vielleicht noch ein bisschen anders. Du kommst hier lang. Und als ob du dann, wenn so ein schwerer Stuhl geworfen wird, ja? Dann müsste man doch eigentlich das mitbekommen aus dem Whirlpool. Außer, die sind alle taub gewesen. Kann natürlich auch sein. Also ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich extrem taub waren. Junge, Spogel haut nochmal 10 Subs raus. Ey, keine Ahnung, was mit dir los ist. Ich danke dir viel, vielmals für die 10 verschenkten Subs. Völlig, völlig verrückt. Das ist wirklich völlig verrückt. Okay. Wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Sie hat ja, glaube ich, dich da dann auch angemacht oder so. Das steht für 1,5 Millionen Euro im Internet. Deswegen bin ich noch am hadern, ob ich mir das jetzt kaufen werde. Ich weiß gar nicht, wie das gewesen ist. Boah, also ... Ja, also der ganze Konnex, warum sie überhaupt ausgerastet ist und warum sie überhaupt in diesen Tagen auch so genervt war, das habe ich auch schon bei meinen Videos, in meinem Video halt gezeigt. Da hat mir diesen Chatverlauf, wo Mauki meinte, sie wollte doch nur reden. Ich habe ja den ganzen Chatverlauf eingeblendet, wo es halt darum ging, dass Mauki schlecht ging, weil sie sich von einer dritten Person abgelehnt gefühlt hat. Also eine Person, mit der sie sehr gut befreundet war und mit der wollte sie halt auch ein bisschen körperlichen Kontakt haben. Die Person wollte das nicht. Daraufhin hat Mauki die Freundschaft abgebrochen. Das habe ich auch gesagt, so ey, pass auf, das ist nichts, was du verlangen kannst von irgendwem. Wenn die Person gerne mit dir touchy sein möchte, dann ja, aber wenn nicht, dann ... Da habe ich ja auch in den Textnachrichten geschrieben, habe ich die auch gesehen. Ich empfinde es halt über Reaktionen dafür, die Freundschaft abzubrechen. Um diese Person ging es monatelang. Also seit Monaten. Ich glaube, das gesamte Jahr 2023 habe ich mit Mauki über nichts anderes, als über diese Person geredet und wie zurückgewiesen sie sich fühlt, wie scheiße sie sich fühlt, dass sie das doch braucht, warum sie das nicht kriegt. Das interessiert mich jetzt gerade absolut. Können wir das überspringen? Warum es jetzt hier zu irgendeinem Disput kam zwischen den beiden? Das ist absolut uninteressant. Wo sie sagt, ja, aber ich habe jetzt nicht gesagt so, oh mein Gott, geh in Therapie. ...arbeitende Person bei dir. ...sparty mit der Inhalt auf jeden Fall, wo einige Grenzen überschritten worden sind. Okay, jetzt geht es um diese Übernachtungsparty oder diese komische Party da. Keks, danke schön. Im zweiten Video ist sie ja dann nochmal genauer darauf eingegangen und hat ja gesagt, dass es so eine Entjungferungsparty gewesen ist für, glaube ich, eine mitarbeitende Person bei dir. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie stehst du da im Nachhinein zu? Die betroffene Person hat sich ja im Mocki wie dir auch gemeldet und meinte auch, ja, das war schon grenzüberschreitend auf jeden Fall. Also, erstens muss ich jetzt so sagen, Mocki hat auch den Kontext in ihrem Video und ich genannte in ihrem ersten. Und auch mit dem Kommentar, den sie darunter verfasst hat, das klang einfach ohne Kontext einfach so, als ob wir eine Orgie gehabt hätten und ich da jeden ohne Konsens gebumst hätte. Und das, also ein ganz anderer Abend war, als es eigentlich war. Und ich wollte vor allem klarstellen, dass es keine Orgie war. Und ich wollte halt einfach zeigen, wie dieser Abend... Ich möchte mal sehen, was Mocki genau geschrieben hat. Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren, warte. Mocki. Das müsste das Video hier gewesen sein. Und da hat sie geschrieben, Hallo? Ach gut, das ist mittlerweile bearbeitet, aber ich denke, das war ungefähr so der Kommentar. Hallo? Ich möchte noch anfügen. Ich darf leider über die zunächst in den Vorfälle und Übergriffe nicht sprechen, da ich von den anderen Betroffenen gebeten wurde, es über Waage zu halten. Sowohl der zunächst in den Inhalt der Party, als auch die Übergriffe waren nicht mit den betroffenen Personen abgesprochen. Es herrschte kein Content. Ja gut, der zunächst in den Inhalt, das war ja zunächst in den Inhalt, ja. Und Übergriffe, ja gut, Übergriffe klingt halt wirklich so, als wäre jemand auf Ernst so körperlich übergriffig geworden. Ähm, also es klingt schon so, muss ich auch, muss ich auch sagen, aber, ja, ob das jetzt, also es klingt jetzt aber trotzdem nicht wie eine, wie eine Urge oder so, wie das jetzt hier gerade geschildert wurde. Ne, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, das Ding so mit diesen Übergriffen, das klingt so, als wäre es körperlich gewesen. Und ausgesehen hat. Ähm, ich habe halt jetzt durch das Video von Mauki erst erfahren, dass die Person das scheiße fand und das tut mir natürlich mega leid. Also, mega leid. Das war gar nicht irgendwie Absicht oder sonst irgendwas. Ähm, also sorry, ich muss mal ganz kurz, also da fehlt es da wahrscheinlich auch so ein bisschen an Empathie, oder? Also da fehlt es bei Anni komplett an Empathie. Du machst eine Entjungferungsparty. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gehört. Äh, ich dachte, das ist vielleicht so ein Ding, was vor 500 Jahren noch gefeiert wurde. Du machst eine Entjungferungsparty, lädst da Leute ein und da ist beispielsweise auch eine Person gewesen, die diese Frau nicht mal kannte oder die Person nicht mal kannte. Wir wissen ja nicht, ob sie überhaupt eine Frau war. Äh, die diese Person nicht mal kannte. Also, wie unangenehm will oder will man das sein? Also, natürlich ist das unangenehm. Also, niemals ist das eine Party, wo man sagt, ey, voll nice, er holt ganz chilliger Abend, ne? Und dann kommen irgendwelche Sachen die ganze Zeit. Äh, also keine Ahnung. Also, es ist doch schon von der Idee her bis zur Umsetzung, bis zum Schluss ist das eigentlich eine sehr unangenehme Sache. Auch wenn du sagst, eine mitarbeitende Person, ja, wir haben zusammen gearbeitet, aber die Person war auch eine langjährige, sehr gute Freundschaft von mir. Also, die war auch zum Beispiel bei Weihnachten mit mir, bei meiner Familie und sowas. Also, wir waren schon sehr, sehr eng befreundet. Ähm, deswegen, da war schon, also, es war kein Arbeits-, also, klar, auch ein Arbeitsverhältnis, aber, ähm, ein sehr, sehr, sehr enges freundschaftliches Verhältnis. Kannte auch meinen ganzen privaten Freundeskreis und sowas. ähm, genau, das jetzt irgendwie einfach nur als Mitarbeiter abzustempeln, fände ich da auch. Was lustig finde ich, das vor allem mit dem, aber meine strenggläubige Familie. Stimmt, das mit einer strenggläubigen Familie, das war ja so, dass dann irgendwie als Titel irgendwo steht, ja, übergriffig, sexuell irgendwas, oder sowas wie Urke. Aber ich weiß nicht, ob die, ob die Familie das dann genauso cool findet, wenn du solche Partys machst. Keine Ahnung, wie die dazu stehen. Ach ja. Aber, äh, ja, es ist schon, es ist schon lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Unfair, unserer Freundschaft gegenüber. Ähm, aber wie war das, weil Moki hat ja zum Beispiel auch gesagt, also die betroffene Person hat ja auch gesagt, dass sie manche Leute davon gar nicht kannte. Also hast du das dann quasi einfach dann den Leuten weitererzählt und dann habt ihr da PowerPoint-Präsentationen, Themen weitergegeben? Oder waren die da, also kannten die sich alle schon sehr gut? War das jetzt so ein richtig fester Freundeskreis? Also es war schon ein sehr, sehr, sehr fester Freundeskreis. Ähm, es war eine Person da, die die Person, glaube ich, nicht so gut kannte. Ähm, aber ansonsten war alles ein ... Allein das ist doch schon ein Grund dafür, das vielleicht nicht zu machen, weil es unangenehm ist. Also jetzt unabhängig von diesem Angestelltenverhältnis. Aber wir müssen ja noch bedenken, Anni ist die Chefin von derjenigen, wo einfach eine Party gemacht wurde oder worüber da eine Party gemacht wurde. Das heißt, diejenige, die Angestellte, die wird bestimmt nicht sagen, ey, Chefin, voll die Scheiße, die du hier abziehst, ich fühle mich da richtig unwohl, weil sie sich so denkt, ey, wenn ich jetzt mich, oder wenn ich mir das jetzt verscherze, mit meiner Chefin, bin ich arbeitslos. Und dann kann ich vielleicht nicht mehr auf Madeira wohnen oder was weiß ich, muss wieder nach Deutschland umziehen und sowas. Also, also ja, natürlich, das ist dann so ein Verhältnis, wo du sagst, okay, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Extrem fester Freundeskreis. Und wir haben auch in der Gruppe sehr, sehr, sehr explizit über alle möglichen Themen und Erfahrungen geredet, auch über sexuelle Erfahrungen und sind da sehr, sehr offen gewesen. Und wie gesagt, wir haben das in der Gruppe geplant und keiner wollte irgendwem bloßstellen. Wir waren wirklich, wirklich sehr, sehr gute Freunde. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir fast täglich so super offen über diese ganzen Themen geredet haben, kam, glaube ich, keinem wirklich in den Sinn, dass sich die Person gedemütigt fielen könnte. Tatsächlich war eigentlich die Idee, hey, die wird sich freuen, so wenn wir das machen. Das wird irgendwie eine coole, süße Überraschung, dass sowas nach hinten losgeht. Das wird eine coole, süße Überraschung. Auf jeden Fall ist das eine coole, süße Überraschung. Aber dass dann nicht in der Gruppe überhaupt mal jemand gesagt hat, ey, vielleicht wäre es gar nicht mal so smart, das vielleicht bleiben zu lassen. ...gehen kann, habe ich jetzt gemerkt, tut mir mega leid, das war wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht die Absicht. Aber ich fühle es auch nicht, dass Mauki so tut, als ob ich irgendwie alle gezwungen hätte, das zu machen. Die hat eine PowerPoint-Präsentation gemacht, auch Mauki. Wir haben alle darüber geredet, haben es alle gemacht. Aber Mauki hat auch selber ebenfalls schon gesagt, dass sie das bereut und das eigentlich nicht cool fand. Also das hatte sie, glaube ich, sogar schon in ihrem ersten Statement gesagt. Nachfanden alle die Idee witzig. Dass sowas nach hinten losgehen kann, ist natürlich klar. Ich wünschte nur, ich hätte einfach mal eine WhatsApp-Nachricht bekommen, von wegen so, hey, übrigens, diese Party, die war echt, ähm, echt kacke und so, ne, können wir mal darüber reden. Da hätte man sich einfach entschuldigt und, ähm, gut wär's gewesen. Ja, aber dann ist wieder die Frage, wie ist denn die Chefin drauf? Ja? Wenn man vielleicht Angst hat, dass die Chefin eine Reaktion zeigt, die komplett daneben ist und man dann seinen Job fürchten müsste, dann, äh, lässt man das vielleicht über sich ergehen. Das ist dann nämlich auch so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sonst so privat war und was weiß ich, aber, ja, äh, bei dem, was man jetzt alles schon gehört hat, dann überlegt man sich das zweimal, ob man mit einer negativen Nachricht an die Chefin gehen, gehen sollte oder nicht. Ja, ja, ich find's da, also ich find's auch ein bisschen, ein bisschen weird, so eine Art von Party zu machen. Klar, man ist natürlich auch im Freundeskreis halt nicht drin, aber gut, wenn du natürlich sagst, war scheiße, dann, dann nehmen wir das auf jeden Fall halt so hin. Ähm, ja, dann vielleicht so ein bisschen abschließend zu dieser, dieser Moki-Thematik, ne, es geht ja irgendwie darum, gibt es diese Schmierkampagne, gibt es sie nicht. Starke Argumentation von Kuchen, ja, mit dem ganzen Interview hat er bisher, find ich, sehr starke Punkte gebracht, so, also zwischen ja und ja, war bisher alles dabei. Hast du denn bei irgendwelchen Sachen halt auch dann so Fehler bei dir, wo du sagen würdest, ja, okay, da hat Moki schon einen Punkt, da hab ich mich nicht richtig verhaftet. Also, bisher hab ich das Gefühl, ja, bisher hab ich ein bisschen das Gefühl, dass Kuchen.TV gleich zum Fußballtraining muss und sich so dachte, ey, scheiße, ich hab nur noch eine Stunde Zeit und Anni redet so viel, komm, ich mach einfach ein Ja und stell die nächste Frage, dass wir auf die Stunde ungefähr kommen, dass er schnell zum Fußballtraining kann. Ungefähr so hab ich das Gefühl, dass er gar nicht, sonst ist Kuchen. und ich fahre doch jemand, der relativ viel redet. Aber hier irgendwie, er sagt, ja, und dann macht er einfach weiter. So, als ob es da nicht noch mehr zu reden gäbe oder noch mal, noch mal mehr, oder man hätte noch mal mehr hinterfragen können bei der ganzen Sache. Dir, wo du sagen würdest, ja, okay, da hat Moki schon einen Punkt, da hab ich mich nicht richtig verhalten oder ja, das hab ich irgendwie weiter gesagt, hätte ich nicht machen sollen. Jetzt auch unabhängig von den Fragen, die ich dir halt schon gestellt habe oder warum ist das jetzt zwischen euch dann so eskaliert? Ähm, warum es so eskaliert ist, keine Ahnung. Also, ähm, meine Sicht von diesem Streit ist gewesen, Moki ist ausgerastet, ähm, mega viel. Konzentrier dich eher auf die Frage, wo du deine Fehler sitzt. Ich versteh schon so. Ich bin gespannt, ob sie mal ihre eigenen Fehler jetzt hier aufzählt. Aber, ähm, ausgerastet, ich hab gesagt, lass uns irgendwann reden. Das war auch der Stand der Dinge. Und so, drei Wochen später höre ich, Alter, Moki erzählt, du bist der schlechteste, schlimmste Mensch auf der Welt. Und das war für mich natürlich ein what the fuck, was hab ich getan? Und es ist echt, echt, echt schwierig, sich da hineinzuversetzen. Also, ich hab jetzt auch, ähm, also, obviously, ich bin kein leichter Mensch, ja, ich bin definitiv ein stressiger Mensch. Äh, ich bin immer gestresst, äh, ich bin immer müde, ich bin immer zu spät, ähm, ich, es ist wirklich, wirklich schwierig für mich, so diese, manchmal auch diese Feinfühligkeit zu haben. Ja, das sind immer noch keine Fehler übrigens. Ja, das sind vielleicht Eigenschaften, die man hat, die man verbessern kann, aber es sind jetzt keine Fehler, die sie konkret gemacht hat. Wenn sie sagt, sie ist immer zu spät, niemand hat bisher kritisiert, dass sie immer zu spät ist, oder das wäre das so schlimm. Ja, sie arbeitet zu viel. Ha, ja, so typisches Bewerbungsgespräch, jo, nennen sie, nennen sie ihre Schwächen. Oh, ich bin zu ehrgeizig, ich arbeite zu viel, ja, ich mache auch einfach mal Überstunden, obwohl mir das eigentlich dann gar nicht so gut tut. Ne, ich bin zu lange, bin ich am Hasseln für, für meine Arbeit, für meinen Arbeitgeber. Das tut mir auch nicht gut. Ähm, ich bin zu zielstrebig, ja, und ich bin vor allem zu fleißig, zu perfektionistisch, ich bin zu perfektionistisch, ja, das, das ist immer extrem, steht mir immer extrem im Weg, ja. Ungefähr so kommt das rüber, ja. Ja, also sie hat auf jeden Fall ihre ganzen Fehler hier aufgezeigt. Ich habe jetzt auch sehr, sehr, sehr viele, äh, mit sehr vielen Therapeuten geredet, und, ähm, habe jetzt auch, ähm, ein Autismus-Screening gemacht, was... Junge, wir wollen die Fehler wissen, also wirklich die Frage wurde extra, nochmal explizit gestellt, gehen wir bitte eher auf die Fehler, nein, wo siehst du deine Fehler? Ja, ich habe noch Autismus, äh, äh, was Screening gemacht, und jetzt geht es hier aufs, aufs, aufs potenzielle Autismus ein. Das ist immer noch nicht dein Fehler. Dein Fehler ist nicht, dass du Autismus hast. Ähm, aktuell sehr aussieht, als ob ich da auf dem Spektrum liegen würde, und, ähm, habe jetzt auch versucht, da so ein bisschen mehr drauf zu achten, und auch meine Freunde und mein Umfeld dafür zu sensibilisieren, und wir haben sehr viel darüber geredet, und eine Sache, die mir sehr, sehr krass aufgefallen ist, da habe ich jetzt letzte Woche erst, als ein Freund zu Besuch war, darüber geredet, ähm, der meinte, hey, jetzt, ich achte jetzt vielleicht mehr drauf, ne, aber wenn ich dich nicht besser kennen würde, würde ich meinen, dass alles, was du sagst, irgendwie so abwertend klingt, ne, also, ähm, Aber das ist doch kein Fehler. Das hat doch nichts mit einem Fehler in der ganzen Sache zu tun. Also, was ist das denn? Nenn doch mal einen Fehler, den du gemacht hast, wo du sagen kannst, ey, wenn ich rückblicke, wenn ich darauf zurückblicke, ist Quatsch. Lügen verbreitet. Irgendwie schlecht hinterm, hinterm Rücken geredet. Sowas, das sind die Anschuldigungen. Ne Schmierkampagne, weil, weil man jemanden vielleicht nicht, äh, mochte oder sowas. Irgendwas, erzähl irgendwas, aber doch nicht so, es ist halt kein Fehler, was ich da aufzähl. Beispiel, was er mir aus unserem Gespräch genannt hatte, er hat gesagt, ähm, Maracujas sind meine Lieblingsfrüchte und ich war so, echt? Und, anscheinend klingt das voll abwertend, wenn ich echt sage, der meinte, das klingt so, als ob du irgendwie sagen würdest, ew, wir können jetzt nur Maracujas mögen, aber mein Gedanke war einfach, er zockt doch gerade nebenbei Hearthstone, wirklich, wenn du irgendwie sagen würdest, ew, wir können jetzt nur Maracujas mögen, Er zockt doch gerade nebenbei Hearthstone, der zockt gerade an der Stelle. Aber mein Gedanke war einfach nur, echt, im Sinne von, sind sie tatsächlich deine Lieblingsfrüchte oder hast du das gerade nur dahergesagt? Ich finde es tatsächlich relativ wichtig, irgendwie, also Lieblingsfrucht würde ich jetzt einfach so zu jeder Frucht sagen, ähm, warum sind Maracujas deine Lieblingsfrucht? Ähm, ich persönlich finde diese Kerne und diese Art und Weise, wie man die isst, irgendwie sehr unangenehm. Also wir sind gerade eben übrigens von Fehler auf Maracujas und Lieblingsfrüchte gekommen. Übrigens, ist cringe, was sie da sagt, weil Maracujas tatsächlich ziemlich lecker sind, aber ist okay. Sauer, gibt es in Deutschland überhaupt gute Maracujas zu essen? Also, ich hätte einfach viel, viel mehr Fragen zu diesem Maracujas-Thema, aber, ähm, hab anscheinend mit meinem Ton Dinge auf. Schreib mal bitte das Maracujas-Problem. Ja, schreib mal bitte in die Kommentare das Wort Maracujas, wenn ihr bisher geschaut habt, als Algorithmus-Kommentar. Ich finde Maracujas, das ist ein unfassbar wichtiges Statement, weil Maracujas sehr, sehr wichtig sind. Ausgedrückt, die ich gar nicht gemeint habe, und... Das ist natürlich neben den Bananen, das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, das ist blöd und kann, glaube ich, auch, wenn man, ich glaube, wenn man will, kann man in alles, was ich sage, wenn man irgendwie mehr auf den Ton, als auf das, was ich sage, irgendwie reagiert, sehr, sehr viel irgendwie gemeines. jetzt macht sie andere, warte ganz kurz, sie lenkt gerade von sich ab und sagt so, yo, man versteht mich einfach nur falsch. Also nicht ich bin das Problem, sind ja nicht meine Fehler, sondern die anderen machen den Fehler und interpretieren da Sachen rein, die gar nicht stimmen. Also anstatt jetzt den Punkt endlich mal zu nehmen mit, yo, hier, ich habe da und da einen Fehler gemacht, sagt sie jetzt, jo, ich werde halt falsch verstanden. Ja, also das ist mein Fehler. Ey, ich bin jetzt schon seit vier Monaten in Therapie, auf ganz entspannt, oder seit drei oder seit zwei Monaten und ich habe jetzt daraus gelernt, die anderen sind das Problem, ich habe gar nicht das Problem. Alter, das ist eine sehr starke Schlussfolgerung jetzt danach. ...rein machen und ich meine es nicht gemein, ich meine es eigentlich nett. Ja. Aber das ist... Ich denke, die über 20 Leute, mit denen du dich da verscherzt oder mit denen du dir es verscherzt hast, ich denke, die haben dich einfach nur missverstanden. Also ich glaube, wenn über 20 Leute, die mit dir gut waren, plötzlich echt gegen dich sind, dann liegt das bestimmt an den Problemen von den anderen. Ich denke auch, da ist man nämlich nicht selber das Problem. Nee, er hat auf jeden Fall recht. Das ist echt oft und ich habe echt, echt oft Missverständnisse und das fällt mir, also... Diese Zooms an Kuchen.TV, er macht nicht mal irgendwas. Jetzt sind die Augen aber hier, gerade waren die Augen noch hier drüben und da hat er, glaube ich, Hearthstone gespielt. Also wenn er da nicht Hearthstone gespielt hat, dann bin ich enttäuscht. Ich habe genau auf Steam geguckt, wann er online ist. Ja, also es fällt mir wirklich schwer, irgendwie meine Tonlage selbst zu hören, dass ich verstehe, wie das, was ich sage, gerade rüberkommt. Es fällt mir auch schwer zu verstehen, was andere Menschen mir irgendwie sagen wollen, aber manchmal check ich es einfach nicht. Also ein ganz tolles Beispiel ist in der Beziehung so, ja, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Okay, top, hörst nichts mehr von mir. Du sagst, du brauchst Zeit für mich. Immer noch, das ist kein einziger Fehler, den sie jetzt gerade aufgezeigt hat. Also das ist vielleicht Verhalten, was so nicht cool ist, aber es ist halt kein Fehler. Es ist kein Fehler. Das ist vielleicht eine Eigenschaft, die uncool ist, aber immer noch, sie hat noch keinen Fehler jetzt hier aufgezeigt. Und sie redet hier wirklich halbe Bibel, ganzer, ihr wisst schon. Natürlich hörst du nichts mehr von mir. Und dann drei Tage später mega das Streitgespräch, warum meldest du dich nicht? Ich dachte, du wolltest Abstand, so, bis ich dann mit anderen Freunden drüber geredet habe, die gesagt haben, ey, nein, Abstand heißt eigentlich nicht, dass man sich nicht mehr melden soll. Das heißt, dass man irgendwie eigentlich doch sich melden soll oder irgendwas machen muss oder sowas. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr schwer. Und, also ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem von mir. Und wie gesagt, halt, all diese Sachen. Ich habe jetzt mit echt vielen Leuten geredet und ich glaube, viel, was ich mache, lässt, glaube ich, Interpretationsspielraum dafür, das einfach als etwas Gemeines oder Bösartiges aufzunehmen. Also zum Beispiel, ich habe mit einem Freund geredet, der meinte, hey, manchmal, Sie könnte Politikerin sein, wirklich, ohne Scheiß. Bei Politikern kriegst du es auch ganz genau mit, wenn die die Fragen ausweichen wollen, dann führen die Monologe mit sich selbst und auf einmal stellen die sich selber gefühlt Fragen und erzählen ihre eigene Story, obwohl das gar nicht mehr Teil der Frage war. Hör ich von dir irgendwie zwei Monate nichts und dann random schickst du mir ein Geburtstagsgeschenk und das machst du, weil du dich nicht gemeldet hast und dir jetzt meine Liebe zurückkaufen möchtest und ich finde das sehr manipulativ. Und ich dachte mir so, äh, es ist mir nicht aufgefallen, weil ich mich so lange nicht bei dir gemeldet habe. Mein Kalender hat gesagt, du hast nächste Woche Geburtstag, also habe ich was bestellt und dir per Amazon geschickt. Weil ich's... Das ist auch original. Mich würde interessieren, wie viel Redeanteil KuchenTV hatte. Ich sage, also wir gucken uns das jetzt seit 33 Minuten an. Ich sage, drei Minuten KuchenTV, 30 Minuten Anni de Dac. Das ist einfach, sie erzählt einfach nur ihre eigene Story, ohne mal wirklich noch in den Kritik das hinterfragen zu... Dass man auch ein bisschen nachgehakt wird. Das ist halt wirklich... Das ist original so. Kaum Redeanteil von KuchenTV, außer, hm, und ja. Was ich nett fand und die eine Freude machen wollte. Da war jetzt einfach nicht so viel Kalkül dahinter und so viel, was ich irgendwie denke, so boah, aber anscheinend sind das Sachen, die nicht gut ankommen und die gerne, ähm, falsch verstanden werden oder als irgendwie manipulativ bezeichnet werden. Ich habe jetzt auch sehr viel gehört, dass ich so, ähm, Breadcrumbing mache. Das bedeutet... Das glaube ich dir gerne. So, Leute, Fortnite... Ah, nee, Forza ist runtergeladen. Ich bin nett zu dir und dann gebe ich dir die kalte Schulter und wenn wir uns sehen, dann bin ich wieder nett, aber, ähm, und mache dich so süchtig nach meiner Liebe und dann, ähm, melde ich mich wieder nicht, damit du auf Entzug bist und das ist ganz manipulativ und schrecklich. Ach so, wenn ich das mache, tut mir das mega leid, ich habe es auf jeden Fall nicht mit Absicht gemacht, ähm, aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch, so, man kann mich nicht immer bei WhatsApp erreichen. Ähm, ich weiß nicht, wer, also, du kannst es dir wahrscheinlich sehr gut vorstellen, aber so, ähm, ich glaube, ich habe 19 ungelesene Chats auf dem Handy. Werde ich die jemals lesen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, gut, dann... Solche Sachen halt... Ja, ja, sie hat jetzt die Frage auf jeden Fall beantwortet. Jetzt kennen wir all ihre Fehler, die sie gemacht hat. Einfach, ne, ich kann schon verstehen, dass das scheiße ist und dass man mich dann für eine schlechte Freundin hält und dass man dann genervt ist und dass man halt in viele Sachen, die ich mache, einfach, ähm, auch so Bösartigkeit hineininterpretieren kann. Ich wünsche einfach, wenn man wird darüber reden, dann könnte man sich aussprechen, dann kann ich sagen, hey, wie ich es gemeint habe, du kannst du sagen, hey, wie es bei dir ankam und dann kann man sich austauschen. Ja, dann eine weitere Sache, die ja Morki noch angesprochen hat. Es tut mir leid, aber ich habe nichts falsch gemacht. Es ist halt einfach genau das, was ich mir gerade auch denke, hey, sorry, ja, sorry, ich habe halt nichts falsch gemacht, ja, ich bin, ja, kommt doch einfach auf mich zu, dann ist alles entspannt, aber ich habe halt nichts falsch gemacht. Ja, ich habe gerade ein paar Eigenschaften von mir aufgezählt, die so nicht so geil sind, Fehler habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, ja, aber sorry nochmal dafür, dass ich keine Fehler gemacht habe. Gerade unabhängig von dieser Spielkampagne, ob es die jetzt gab oder nicht. Ja, stimmt, stimmt, Lottwitz gerade eben, hm, sie hat ungelesene Chat-Nachrichten, aber man kann sich bei ihr melden, wenn man mit ihr reden will, ja, ja, du wirst dann halt wahrscheinlich einfach geghostet und ob man es jemals beantworten wird, hm, weiß ich nicht an der Stelle. Dass du dich ja zum Beispiel auch widersprochen hast, ne, in deinem ersten Video hast du gesagt, ja, sie konnte, nicht in die Nein sagen und es gab Gespräche deswegen und dann später, ich glaube, ach so, ja, wir machen jetzt ein Zweiteiler draus, Dankeschön, ey, ihr seid so smart, genau die Hälfte erwischt. Liebe Zuschauer, ja, ihr wisst, was ihr in die Kommentare schreiben müsst, ich erinnere euch, es hat was mit einer Frucht zu tun, ist nämlich wichtig und richtig, ich hoffe, euch hat diese Reaction bisher her gefallen, diesmal etwas kritischer, ja, im Gegensatz zu diesem einen Statement-Dings, äh, von Anni, wo ich, auch auf die Manipulation ein Stück weit reingefallen bin, jetzt nicht in allem, aber ein bisschen, ne, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon gesehen, hab ich da schon ein bisschen was dazu gesagt, äh, der Link dazu ist natürlich trotzdem, in der Beschreibung ist bis jetzt ein sehr smartes Interview mit ungefähr 5% Redeanteil von KuchenTV, äh, ich fand die Stellen Nya und Nya eigentlich bisher am besten und, äh, kann man sich gut geben, wir schauen uns jetzt den zweiten Teil an und, äh, den werde ich dann auch auf YouTube hochladen, deswegen seid ihr gespannt, bleibt dran, ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, lasst hier gern ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen und macht's gut, haut rein, stech da ein Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.